Ab sofort ist diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die sanierte Etagenwohnung liegt in Düsseldorf-Pempelfort. 1956 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut und 2015 saniert. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette sowie einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 107 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1.225 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.